die dhv news vom 19 februar 2021 bundestag postgeheimnis ausgehöhlt grenzwertkommission und führerschein anhörung herzlich willkommen bei den dhv news keine vorbemerkung wieder keine eigenen nachricht weil nicht wirklich neuigkeiten dabei sind aber stichwort richter müller hashtag richter müller ist weiterhin am rocken in der öffentlichen diskussion wir haben eine ganze seite in der zeit diese woche geschrieben übrigens von seinem kollegen und vorgesetzten der chef vom amtsgericht bernau der über seine erfahrungen da spricht hat man tic noch gar nicht ganz gelesen ist heute gekommen aber ganze seite in der zeit großes kino dann neues deutschland hat auch normalen artikel gebracht über die geschichte richter müller für alle die die jetzt nicht wissen worum es geht ich fasse mal kurz zusammen ja letzte woche habe ich an der stelle gesagt okay wer jetzt nicht weiß wer richter müller ist und worum es eigentlich geht der kann ja mal auf die dhv seite gucken oder alte dhv news gucken kommt kollege zu mir und sagt ja das war ein bisschen kurz dargestellt hat man nicht so richtig verstanden also jetzt noch mal hier richter müller ist unser lieblingsrichter am amtsgericht bernau andreas müller der hat letztes jahr ein richter vorlage nach karlsruhe zum bundesverfassungsgericht geschickt weil er das cannabis verbot für verfassungswidrig hält und das klären lassen will und der immer wieder in medien ist und öffentlich für die legalisierung von cannabis eintritt das passt der staatsanwaltschaft frankfurt oder nicht weil die wollen natürlich ihrem auftrag gemäß cannabis konsumenten verknacken die sie mit dem programm erwischt haben die sind dann beim amtsgericht bernau und kommt beim richter müller an und der wird die nicht verknacken weil er eben jetzt in ruhe warten kann bis karlsruhe da entschieden hat bis dahin wird der wahrscheinlich nicht mehr viele cannabis leute verknacken passt der staatsanwaltschaft nicht deswegen haben die einen befangenheitsantrag gestellt und gesagt richter müller ist befangen der hat ja eine meinung zu dem thema deswegen darf der nicht über cannabis urteilen am amtsgericht die erste zuständige richterin hat es schon abgelehnt und gesagt das ist blödsinn der darf eine meinung haben und kann trotzdem richter sein und auch cannabis fälle annehmen ja und jetzt haben die widerspruch eingelegt rechtsmittel eingelegt und das landgericht muss wieder darüber entscheiden so jetzt habe ich mal wieder gesagt darum geht es soweit befangenheitsantrag gegen richter müller fett in den medien wieder und wieder und auch diese woche wieder und auch politisch war es wieder interessant die grünen berlin beziehungsweise deren sprecher werner graf hat auf twitter sich dazu geäußert also bis jetzt waren eher die brandenburger linken da ist ja in brandenburg in bernau die haben sich geäußert und support gezeigt jetzt auch die berliner grünen und auf bundesebene auch die erste reaktion von den piraten hört man sonst vielleicht nicht mehr so viel von aber an der stelle haben auch die piraten auf bundesebene sich positiv geäußert und gesagt ja hier das ist ein angriff auf die unabhängigkeit der justiz lasst den richter müller in ruhe sehen wir auch so so jetzt aber das erste thema mit einer richtigen überschrift und neuigkeiten und es geht darum dass der bundestag das postgesetz geändert hat das geht schon eine ganze weile so die diskussion darum wir hatten letztes jahr auf unserer seite schon artikel dazu nachdem hessen unter schwarz-grün übrigens änderungen für das postgesetz in den bundesrat eingebracht hat und damit den ganzen prozess angestoßen hat und jetzt gab es halt wilde schlagzeilen und viele befürchtungen weil natürlich da auch drogenpakete mit im spiel sind ja gerade zu corona zeiten ist wahrscheinlich noch mehr der trend da dahin drogen im internet zu bestellen und nicht mehr beim händler um die ecke und ja das war vorher schon natürlich ein mega trend sozusagen darknet bestellungen und so jetzt sicherlich noch mal verstärkt und auch cannabis wird zwar nicht überwiegend aber doch zunehmend auch über das internet gehandelt insofern empfinden dass viele cannabis konsumenten natürlich als bedrohung abgesehen davon dass auch eine aushöhlung von einem grundrecht ist das postgeheimnis steht im grundgesetz und darf nur aus gutem grund ausgehöhlt werden und jetzt gab es wilde überschriften nach dieser änderung im bundestag business insider hat zum beispiel getitelt der postbote darf jetzt einfach eure pakete öffnen wenn er darin drogen oder waffen vermutet so geistert die geschichte durchs netz auch auf unseren kanälen business insider hat diese überschrift mittlerweile geändert und auch den artikeln ein bisschen geändert aber sogar auf bundestag.de wo über diese ganze diskussion geschrieben wurde wurde das genau so dargestellt dass im prinzip jetzt meldungen für verdächtige pakete gemacht werden müssen das aber nicht ganz so wir haben uns die sache noch mal sehr genau angeschaut jetzt so ein artikel dazu veröffentlicht könnt ihr mal nachlesen auf handverband.de da findet ihr den artikel haben mit experten auch noch mal gesprochen und so und konkret beschlossen wurde dass weiterhin nur beschädigte pakete geöffnet werden dürfen oder welche wo weder empfänger noch absender ermittelbar ist dann guckt die post schon mal rein und guckt naja vielleicht noch irgendein hinweis von wem das kam an wen das ging um das dann noch zuzustellen und wenn sie dann was finden in dem paket wie drogen oder waffen oder eine bombe ja dann haben die bis jetzt schon auch schon an die polizei eine meldung gemacht aber eben ohne gesetzliche regelung sondern eher irgendwie freiwillig sozusagen ja was auch vorher schon so gewesen regelmäßig dass dann in solchen fällen paketzusteller sich an die polizei gewandt haben also es gibt noch andere fälle aber selten zum beispiel wenn man geringeres porto hat bei einer briefsendung büchersendung ist der klassiker bezahlt man ein bisschen weniger porto aber da verschickt man sowieso die büchersendung in der regel dann im offenen kuvert damit die post halt reingucken kann ob wirklich nur ein buch drin ist und nichts anderes kein liebesbrief oder so ja darf dann wirklich nur eine büchersendung sein dann können die auch reingucken standardmäßig und an diesen dingen hat sich nichts geändert die dürfen nur in solchen fällen nach wie vor reingucken in die pakete nur sind sie eben jetzt verpflichtet meldung zu machen wenn sie was gefährliches finden wie eben waffen oder drogen dann sind sie jetzt verpflichtet eine meldung zu machen an die polizei vorher lief es freiwillig es kann natürlich sein dass jetzt ein paar päckchen mehr gemeldet werden weil vorher mein wegen die paketzusteller in den fällen ein auge zugedrückt haben ja gesagt haben ja gut ich will jetzt nicht anschwärzen da bloß weil ein bisschen gras bestellt hat oder irgendwie andere drogen oder sie konsumieren es lieber selbst als den menschen da anzuschwärzen kann auch sein weil es ihnen einfach zu blöd schmeißen sie in die nächsten mülltonne die sind ja immer in hektik um jede sekunde am kämpfen haben keine lust auf papierkram kann auch sein und vielleicht gibt es jetzt ein paar mehr meldungen deswegen weil sagen oh ich bin ja verpflichtet das zu tun ein bußgeld war übrigens vorher auch geplant das war in einer vorherigen version stand drin das kann richtig teuer werden wenn die solche meldungen nicht machen das ist rausgeflogen jetzt sind sie einfach nur so verpflichtet ja und gut mag sein dass ein paar mehr meldungen gibt aber wahrscheinlich jetzt keine dramatische zunahme hat jetzt irgendwie andauernd pakete aufgemacht werden trotzdem ist das postgeheimnis natürlich ein grundrecht und das ist auch wichtig dass man da guckt wenn sich da irgendwas tut wenn es da was verändert und es darf eben auch nur eingeschränkt werden wenn andere rechte sozusagen eingeschränkt sind oder eine gefahr von der bevölkerung abgewendet wird man kann zum beispiel sicherlich darüber diskutieren ob das nicht vielleicht eine gute sache ist wenn waffen die im darknet bestellt worden sind beschlagnahmt werden hat wahrscheinlich jeder eine eigene meinung ob das ein grund ist das postgeheimnis aufzulösen sozusagen oder eben in solchen fällen wenigstens eine meldung zu machen wenn man im kaputten paket ein maschinengewehr findet ja also im grunde ist das problem eher dass drogen überhaupt in diese ganze geschichte reinfallen und dass keine anderen möglichkeiten gibt eben substanzen in einem regulierten markt irgendwie normal zu kaufen und dass das eben diese ganze postgeheimnissache jetzt damit reinfällt sozusagen aber es gibt doch noch eine geschichte die es möglich macht sich da aufzuregen sozusagen ja und zwar die bundes drogenbeauftragte hat da was geliefert nämlich indem sie gesagt hat dass schon ein einziges abgefangenes drogenpaket ausreicht um den ganzen aufwand zu rechtfertigen nur hier geht es eben nicht um aufwand sondern um einschränkung von grundrechten und nein ein einziges paket reicht nicht aus um ein grundrecht auszuhebeln ja das ist wohl mal klar da hat sich sicherlich sehr unglücklich ausgedrückt schlechte pr-berater dann in dem fall kann man so auf gar keinen fall sagen würde ich mal sagen auch wenn man drogenbeauftragte ist ansonsten hat sie in ihrer pressemitteilung die sache tatsächlich korrekt dargestellt dass eben tatsächlich nur bei diesen gründen die pakete sowieso zu öffnen das dann greift zum beispiel wichtigste frage von allen wahrscheinlich wenn das paket nach cannabis riecht reicht nicht aus wenn ein paketzusteller feststellt riecht nach cannabis dann reicht es nicht er darf keine meldung dann machen oder so sondern ja nur wenn wenn es kann er nach cannabis riecht aus dem kaputten paket was er hier aufmacht das gilt nur für paketzusteller ist auch noch ein wichtiger punkt muss ich auch noch mal dazu sagen es gibt noch andere möglichkeiten pakete rein zu gucken die polizei hat eigene kontrollen der zoll vor allen dingen hat eigene kontrollen also bei internationalen sendungen ist besonders von außerhalb der eu da fällt ja vielleicht soll an bei diversen geschichten und so die haben dann noch mal eigene möglichkeiten pakete aufzumachen hier geht es ausschließlich bei der jetzt jetzigen veränderungen jetzt da diskutiert worden ist und beschlossen worden ist nur um die paketzusteller dhl postboten und so weiter das ist der punkt der geändert worden ist also keine allzu große sache nicht ganz so ein aufreger wie man vorher gedacht hat wo wir auch gedacht haben okay da müssen mal genauer hingucken klingt heiß ist nicht ganz so heiß kennst du das auch du bekommst immer wieder schlechtes gras gar kein gras oder sogar gestrecktes bei einer legalisierung könntest du jetzt in ein schönes geschäft gehen dich beraten lassen und dir eine sorte aussuchen oder gleich im garten selbst anbauen quasi bio du hast den schwarzmarkt und die probleme satt und willst endlich legales gras wir kämpfen dafür und brauchen dich hilf jetzt mit deiner spende oder mitgliedschaft und mach mit uns legalisierung möglich für nur fünf euro pro monat schluss mit krimi kann er bis normal einfach online anmelden unter www.handverband.de unterstützen link in der infobox einige von euch haben nachgefragt erstaunlich viele nachfragen hatten wir zum thema was ist denn im dezember bei der grenzwertkommission rausgekommen und dass sie tagen würde hat ein cdu abgeordneter bei der letzten großen diskussion im bundestag angekündigt das habt ihr vielleicht hier auch gesehen auch video mit wahnsinnig vielen klicks hier auch ein langes video wo ich diese debatte nachvollzogen habe viele schnipsel rausgenommen habe und so unter anderem mit dieser aussage die grenzwertkommission wird tagen im dezember und wir als cdu-fraktion werden hören auf die experten also cdu hört auf experten hat er gesagt ja so können wir noch mal gucken deswegen haben alle darauf gewartet ja war jetzt diese kommission überhaupt was dabei rausgekommen hat man nichts mehr von gehört niemand was hat von den linken hat aber nachgefragt und siehe da die bundesregierung antwortet tatsächlich hat die grenzwertkommission getagt und sie hat auch sich mit thc grenzwerten befasst aber sie hat nichts beschlossen ja also ich erzähle euch hier dass nichts passiert ist aber ihr wolltet das ja wissen mufass hat auch gleich gebührend kritisiert ja und sagt ja es ist genug mit beraterei hat wird zeit dass mal was verändert wird dass wir einen vernünftigen thc grenzwert kriegen und so weiter und tatsächlich ist der antrag der linken zum thema cannabis und führerschein auch der einzige der im moment noch aktuell ist in dieser legislaturperiode bis zur wahl zur bundestagswahl alle anderen reform anträge und vorschläge und so weiter der opposition von fdp und linken und grünen sind alle von der großen koalition abgelehnt worden von cdu spd csu die haben alles platt gemacht außer eben diese führerscheinfrage die kommt jetzt noch und da wird es auch eine anhörung dazu geben zum antrag konkret auf gleichstellung von cannabis und alkohol konsumenten im verkehrsrecht dies nächste wochen mittwoch anhörung im bundestag genau gesagt im verkehrsausschuss da werde ich auch dabei sein als sachverständiger und bernd werse zum beispiel der vorsitzende vom schildauer kreis aber es werden auch sachverständige dabei sein die ja das alles gut finden so wie das jetzt gerade läuft also diskriminierung von cannabis konsumenten über den umweg verkehrsrecht führerscheinentzug für nüchterne autofahrer ja also das wird ein hartes brot da in der anhörung die erste stellungnahme ist schon auf der seite die also hart gegen hand freunde argumentiert sozusagen meine stellungnahme könnt ihr euch dann nächste woche auf der dhv seite angucken die werde ich montag abgeben und veröffentlichen könnt ihr mal sehen noch mal die details worum es eigentlich geht da können auch mal den link verfolgen sozusagen zum konkreten antrag und allen anderen stellungnahmen und so weiter und ihr könnt euch das live angucken am mittwoch 11 bis 13 uhr nächsten mittwoch auf bundestag.de könnt ihr euch das anschauen und hier im kanal werden wir sicherlich meine statements dann wieder veröffentlichen und auch noch sonst ein paar ausschnitte in den nächsten dhv news nächste woche wenn ihr es nicht schafft oder keine lust habt das ganze ding da habe ich reinzuziehen zwei stunden lang dann mache ich euch gerne eine zusammenfassung davon und auch in dem zusammenhang noch einmal kurz die drogenbeauftragte daniela ludwig erwähnt diesmal durchaus positiv die hat nämlich in sozialen medien gepostet über ein treffen mit ihrem parteikollegen andreas scheuer bundesverkehrsminister von der csu und er hat sie hat mit ihm über cannabis und führerschein gesprochen oder zitiere ich mal kurz ihren posten drogen haben im straßenverkehr nichts verloren gleichzeitig brauchen wir klare und nachvollziehbare regelungen im straßenverkehr einen fairen umgang mit konsumenten und keine sanktion durch die hintertür wenn kein verkehrsrechtlichen gefahren gegeben sind daran arbeiten wir ja hört hört da mal los ja sehen wir genauso manchmal sagt sie auch echt gute sachen die frau ludwig wenn sie da mal was finalisieren würde wäre schick und jetzt kommt noch ein bisschen klön schnack unsere dhv ortsgruppe rhein-neckar trifft sich online am 23 februar in hamburg macht die ortsgruppe auch am 23 februar ihren online klön schnack in berlin da sind wir nämlich noch mal wieder ist nämlich ein offizieller termin auch bei uns in der terminübersicht wenn ihr den link folgt und wissen wollt wo finden die termine statt wann finden die statt dann findet ihr da auch schon den link zur ersten stellungnahme die schon online ist den link findet ihr in der video beschreibung zu unserer terminübersicht also mal hingucken jedenfalls mittwoch 24 februar in berlin anhörung im bundestag zu cannabis und führerschein in karlsruhe trifft sich unsere ortsgruppe am 27 februar in koblenz am 28 februar alles online zum einhecken sozusagen und noch mal hamburg dienstag 2 märz noch mal klön schnack das war's für heute liked dieses video das freut mich dann abonniert den kanal damit wir bald wieder den nächsten 5000er schritt hier feiern können drückt die glocke damit ihr wisst wann wir neue videos hochladen vielleicht schon nächste woche eins vor den nächsten news mal sehen wie das läuft mit der anhörung und damit wünsche ich euch noch einen schönen tag und einen geruhsam abend bis zum nächsten mal Vielen Dank.